hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von levelcraft go ja wir schon merkt hört sich das ein bisschen anders an meine stimme vor allem ja das liegt erstens daran dass ich ja einen dem dass ich den pc neu aufgesetzt habe und da sind noch nicht alle das sind noch nicht alle einstellungen übernommen worden und deshalb könnte es anders klingen und ich bin auch ein bisschen krank meine stimme aber ich hoffe das stört es nicht zu sehr ja letzte folge habe ich ja mit kerfiker gemeinsam gespielt danke fürs feedback das kam echt gut an und da haben wir uns schon was überlegt ein neues display format also vielleicht bald starten werden und ja mal schauen ich habe wieder bis hierher gespielt von pc denn ich habe von kerfiker pc gespielt aber jetzt nicht alles wieder gesammelt also alle verstecke aber ja gut machen wir gleich weiter tun wir gleich mal diese schlange ach so jetzt jetzt beginnen die druckladen druck druck platten jetzt kommen druck platten und der weg ist wieder verschüttert ich will mal schauen was die druck platte macht ich bin auch nicht gut hier oder du siehst das ist doch eine druckplatte ja wir haben es aber nicht geschafft ich muss mir das durchlassen ach so braucht man zwei bei grün gesehen wir müssen erstmal wieder einspielen wir schaffen weniger toter hoffentlich als in der letzten folge so dann nehme ich den sperr hier mach so und in diesen sperr hier geh so mach so und dann habe ich es habe ich es nicht geschafft ich bin manchmal echt zu schnell und außerdem gespürt oder das ein bisschen schwierig kann natürlich auch mit dass du spielen aber es ist doch ein bisschen besser auch wenn er manchmal falsch reagiert ich finde trotzdem besser die controller weil er muss einfach nur klicken und bei da beim wenn ich mit das zu tun so spiele muss ich die maus ständig ziehen und so ist nicht so toll das ab spiele ich jetzt mit control genau ah jetzt kommen wieder die spinnen genau so genau perfekt geschafft jetzt nicht schade ob da jetzt noch irgendwas versteckt war blöd klinger der opfer ist kommt als nächstes das sind schon die klingeln und hier ist wieder was versteckt saphir 3 von 32 ok das bringt uns wenig das macht der schalter nein du bleibst da und der macht genau dasselbe wieder so genau das wollte ich nein eigentlich wollte ich das nicht machen das wollte ich eigentlich nicht machen so genau so 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 warum ich das machen wollte weiß ich nicht okay wir müssen die spinne dafür sorgen dass sie hierher kommt sie bleibt doch da nicht stehen oder oder können wir sie irgendwie achso naja stimmt ja so komm wir es machen ok geschafft perfekt äh wo hab ich das gefunden wo war das? wir haben es nicht gesehen oh god oh god oh god oh god ähm ich mach mal ich mach mal ich mach mal okay sehr nett von dir vielleicht es wäre noch netter wäre nett wenn du das wollte ich nicht egal okay ich hab geglaubt oh okay aufpassen was macht die druckplatte okay die da drüben macht das die macht das da ist nur eine spinne nein das sollte ich nicht tun kann ich leider nicht abbrechen sowas das kann ich leider nicht abbrechen ich würde es abbrechen wenn ich es könnte ich würde das ganze noch machen juhu zack 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 so so Ähm, war das gewollt? Ich glaube nicht, oder? Du brauchst. Nein, das hat nicht gewollt. Nochmal von vorne. Naja, es wird schon schwieriger, die Level. Das Level? Ja, das Level, die Levels. Genau. Wird schon schwieriger. Ich würde gern... Ist das so? So. So, genau. Ich will, dass die da drüben bleibt, die Säge. Aber dann kann sie uns nichts mehr tun. Und den hier auch nicht tun. Okay, wenn ich die jetzt drüber lasse und die drüber lasse. Und ich gehe hier... Stücke. Mach so. Dann hat es funktioniert. Perfekt. Geschafft. Dagegenhalten. Kommt alles nächstes. Oh Gott. Und hier habe ich was gefunden, ohne dass ich es wollte. Okay. 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 Kann man... Okay, wie geht das? Wie geht das? Wo geht das? Wenn ich hier drüber gehe, sterbe ich. Muss das deaktivieren? Das mache ich. Nämlich der Hund. Ah, nein. Oder? Mal schauen. Ich glaube, ich habe eine D. Genau. Ah. Aber wie? Ich weiß schon, ich muss mit dem Speer die kaputt machen, damit der hier hinkommt, damit der mich da so runterschmeißt und... Ja. Nur. Ah, okay. Ich weiß schon. So. Okay. Geschafft. Das heißt, ich will es gewinnen, wenn ich keinen Fehler mache. Das heißt, ich will das sehen. Zack. Hallo. Hallo. Kommst du bitte? Danke. Danke. Ich bin von dir. Bin ich da? Bin ich da? Bin schon weit weg. Tschüss. Tschüss. Okay. Mir kommt es irgendwie so vor, als das wäre das Spiel so laut. Ich blöderweise, ich kann das ja jetzt nicht nachkontrollieren. Ähm. Ich mache das Spiel ein bisschen leiser. So. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Oder kommt es mir so laut vor? Ich weiß nicht. Ich kann das Spiel halt bei mir leiser machen. Okay. Das war kein offizieller Tod. Ich wollte einem etwas nachschauen. Ha. Okay. Tod. Ich habe schon eine Idee. Wie ich das Ganze mache. Ich habe das Projekt mit einem Stück weit entfernt. So, wa, wa. Zack, zack. 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 Zack, zack. Und... Nach unten. Da wird das Ganze schon etwas komplizierter. Nein, doch, doch, oh, oh, ähm, 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 oh, okay. Hä, hätte ich mir gerne nicht fressen sollen. Ich hab's so gelöst, ist auch gut. Ist auch gut. Weiter geht's. Ja, ähm, ich hab da nicht nach rechts gedrückt. Ich hab nach links gedrückt, nicht nach rechts. Ähm, ja, ich würde sagen, dass das so... Gehört. Nicht ganz. Okay, ich weiß schon, wie es geht. Ich weiß schon, wie es geht. Ich hab schon die Lösung. Ich hab immer die Lösung. Tschüss. Und geschafft. Für was der da war, weiß ich jetzt nicht, aber okay. Wir haben jetzt die Brücke fertig. Das sind ja mehrere Brücken mehr. Obwohl, nein, ich glaub, da kommt noch raus. Weil wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind noch viele Punkte. Hat der J gedrückt und benutzt er den linken Stick, um Säulen zu bewegen? Oh, nee. Oh, nee. Jetzt geht, geht das auch noch. Jetzt müssen wir noch Säulen verschieben und so, wo man dann aufkönnen oder... Mal schauen, ich hoffe es nicht. Aber die können wir benutzen. Okay. Jetzt geht das auch noch mit Säulen verschieben. Wird da immer komplizierter. Okay, dann mach ich... So. Nein, da komm ich ja nicht rum. Oh ja, ich glaube mal. Nein, ich wollte es da nachher. Genau. Und dann... Das Ganze so. Und das Ganze so. Das hat sich jetzt nichts gebracht. Oh ja, vorher hat sich nichts gebracht. So ist das. Jetzt können wir hier hin. Dieser dritte... Dieser dritte... Dieser dritte... Ach, so stimmt der. Ähm... Ja... Ja... Die muss ich... Da... Hinten geben. Okay. Wie gebe ich die da runter? Ich gehe das nicht. Ähm... Ich muss... Was muss ich denn? So komme ich nicht rüber. Oh ja. Das ist nur... Das ist nur ein... Äh... So... Ding. Das ist nur ein... Was sagt man dazu? Falle, oder? Ja. Genau. Man glaubt, dass man den braucht. Aber braucht man eigentlich nicht. Genau. Und jetzt kommt die Schlange. Der Steinbalkon. Okay. Aber was hier dann passiert, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns am Daumen hoch freuen. Und ja, bis jetzt dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.